Hey Freunde, Willkommen zum heutigen Test. Heute sind die F2 Dummbum Belordran in der Black Edition. Wir haben hier 40 Gramm das Paket. Wie gesagt ist eine F2 Variante, sprich eine legale für Deutschland hergestellt. Wir haben hier die NEM beträgt so rum. Die NEM beträgt 40 Gramm auf diese 20 Stück. Das sind natürlich dann 2 Gramm pro Knauerchen. Die Bezeichnung ist PB120d, also 120 Dezibel sollen die haben. Gehen wir raus zur Zündung der Dummbum 120dB Black Edition. So, die Dummbum Black Edition jetzt hier. Mit pinker Lunte übrigens. Schauen wir uns mal an, was die so drauf haben. Die Lunte brennt auch rot. Sehr dumm. Der war schon heller vom Klang her. Den habe ich ausgeschmissen. Okay, das hätte ich jetzt von der Zündung noch nicht erwartet. Also ich finde die sind sehr gut. Für deutsche Börder. Ja, und der letzte für euch. Ja, ich muss sagen, wenn ihr sie irgendwo herbekommt, also die halten mit jedem Böller mit. Also im deutschen Bereich. Also von daher, nehmt sie mit. Ich gehe weiter. ordina und Bis zum nächsten Mal.